Die Klostergemeinschaft Einsedle hat immer weniger Mitglieder. Vor 20 Jahren waren es noch 120 Brüder, heute nur noch 60. Darum wird es langsam aber sicher immer schwieriger, alle Aufgaben, die so in einem Kloster anfallen, zu erledigen. Jetzt soll ein neues Projekt mit freiwilligen Problem lösen. Junge Männer im Alter zwischen 18 und 25 können im Sommer ein sogenanntes Volontariat im Kloster machen. Pater Cyril zeigt uns eines der Gästezimmer, die ein Volontär im Sommer während mindestens zwei Wochen am Stück beziehen wird. Die Idee wäre, dass auch mehrere Teilnehmer gleichzeitig im Kloster sind und sich gegenseitig austauschen können. Tiefgläubig muss man nicht sein, sondern ... Dass man ganz klar die Atmosphäre, die wir hier haben als Kloster, als Wellfahrtsort, respektiert und auch mit dem mitlebt. Und natürlich ist es eine grosse Hilfe, wenn einer im Glauben auch mitgehen und mitleben kann. Aber das ist keine Voraussetzung. Es muss auch nicht einer katholisch sein, um hier das Volontariat zu machen. Teilnehmer sollen vor allem Wahlfahrtsaufgaben übernehmen, wie beispielsweise Tagespilger durchs Kloster zu führen. Aber auch andere Arbeiten wie die Pflege des Klostergarten gehören dazu. Im Moment noch nicht im Kloster, sondern bei sich zu Hause in Mainisberg im Kanton Bern ist Markus Wüttrich. Er hat sich dazu entschieden, im Juli das Volontariat im Kloster einsiedeln zu machen. Als gelernter Landschaftsgärtner und selbstständiger Mentaltrainer will er in dieser Zeit mehr über sich selbst erfahren, über seine Einstellung zum Leben und zu Gott. Wenn man im Alltag lebt und arbeitet, dann ist das sicherlich immer zweitrangig und man kommt gar nicht dazu. Und ich selber erhoffe mir durch den Aufenthalt im Kloster, mal zur Ruhe zu kommen und mal alles, was mich jetzt hier umgeht, loszulassen und so ein wenig Hintergrund stellen. Der 24-Jährige bereitet sich jetzt schon auf seine Zeit als Volontär im Kloster einsiedeln vor. Dabei informiert er sich über das Kloster und den Alltag der Brüder. Eine gewisse Anspannung ist bei ihm herum und vor allem auch die Ungewissheit, ob er den strikte Tagesablauf mit Gebete und Arbeit wird durchstehen. Man denkt zwar ja gut, so 13 Tage ins Kloster, das geht man vor leichten Schultern, das arbeite ich schon. Und ich denke, trotzdem kommt man dann irgendwo an seine Grenzen, sicherlich nicht körperlich, aber geistig und seelisch, wird doch die eine oder andere Konfrontation mit sich selber nicht zu vermeiden sein. Auf das bereite ich mich einfach vor. Der Pater Cyril ist seit 17 Jahren im Kloster zu einsiedeln und weiss ganz genau, dass so ein Freiwilligendienst innerhalb der Klostermauern eine grosse Herausforderung ist. Ihm ist es darum wichtig, dass sich die Jungen wohl fühlen. Neue Mitglieder für Gemeinschaft zu gewinnen wäre zwar schön, steht aber nicht an erster Stelle. Ich glaube nur schon, wenn der Mensch hier weggeht mit einem tieferen Sinn für den Glauben, für seine eigene Berufung dort, wo er steht, haben wir etwas Grosses, etwas Schönes eigentlich erreichen können. Auch für die Menschen, die jetzt nicht ins Kloster kommen. Das Projekt des Freiwilligendienstes während dem Sommer im Kloster einsiedeln wird zwar zum ersten Mal angebotten, soll aber nicht einmalig sein. Die Jungen sollen nämlich auch in den nächsten Jahren die Möglichkeit bekommen, den Klosteralltag der Benediktinerbrüder näher kennenzulernen. ZDV. ZDV. Vielen Dank.